Die Orks Endet es. Mein kämpfender Uruk-Hai. Einer der Halblinge trägt etwas von großem Wert bei sich. Bringt sie mir lebendig und unversehrt. Tötet die anderen. Saruman. Untertitelung des ZDF, 2021 »Karap« 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 »Na 그래서 J уверen, »Karap« 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 Eure Fahrt steht auf Messers Schneide, geht nur um ein weniges Fehl und sie wird scheitern. Hä? Münden diese Mäntel euch helfen, euch den Blick unfreundlicher Augen zu entziehen. Und für dich, Sam Weißgamchi, Elbenseil aus Hidlein. Ich danke euch, Herrin. Leb wohl, Frodo Beutlin. Ich schenke dir das Licht Erindies. Möge es dir ein Licht sein an dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter ausgehen. Ich schenke dir das Licht. Das war's für heute. Bei Einbruch der Nacht überqueren wir den See. Wir verstecken die Boote und gehen zu Fuß weiter. Wir nähern uns Mordor vom Norden her. Wir sollten aufbrechen. Noch nicht. Orks bewachen das Ostufer. Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit. Wo ist Frodo? Keiner von uns sollte allein wandern. Du am allerwenigsten. Ich weiß, warum du die Einsamkeit suchst. Es gibt andere Wege, Frodo. Andere Pfade, die wir einschlagen können. Ich weiß, was du sagen willst. Und es würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnte. Ich trachte doch nur nach Stärke, um mein Volk zu verteidigen. Wenn du mir den Ring nur leiden würdest. Nein. Du Narr! Er sollte mir gehören. Gib ihn mir! Ich bin mir! Ich weiß, was du im Sinn hast. 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 Oh, oh, oh. Das Horn Gondors. Boromir. 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 Bleib ruhig, Frodo. Ich versuch's, ihm den Ring wegzunehmen. Der Ring ist für uns jetzt unerreichbar. Ich weiß nicht, welche Kraft ich aufbringen kann, aber ich schwöre dir, weder wird die Weiße Stadt fallen, noch wird unser Volk versagen. Unser Volk? Ich wäre dir gefolgt, mein Bruder, mein Hauptmann, mein König. Oh, Sam. Los, komm. Oh, Sam. No. 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 Frodo's Schicksal liegt nicht länger in unseren Händen. Wir werden Merry und Pippin nicht der Folter und dem Tod überlassen. Lasst uns Orks jagen. Yeah! Mordor. Mögen die anderen einen sichereren Weg finden. Striche wird sich um sie kümmern. Sam. Gut, dass du bei mir bist. T-Speed, nicht den Hausern bin, planten. Aber auch naps의 acht Monterrey würde mir problem werden. Oh, was du parar? Weil ich dich. Hidé sie so, hierher hast... Vielen Dank.